Ich frage mich, warum sich die meisten Leute beschweren, das Zeitlimit unter Zeitdruck. Also, ich habe hier nie Zeitdruck. Das Schwerste ist nur die Quest mit Anjo und Kaffei. Aber ansonsten... Ah, okay. Doppelt gut, dass ich hier bin. Und hier habe ich auch nur ein Herzteil vergessen. Ich trottel. Eieiei, das sollte mich schämen. So. Ähm, Hülle hatte ich ja gemacht. Das muss ich jetzt da hinten nennen. Denn ganz kurz zum Ende ist ein Herzteil. Ich habe extra offline nachgeguckt, ob ich es habe oder nicht. Das Resultat war... Ich hatte es. Was? Nein. Nein. Och, komm schon. Was soll denn der Kack? Na, das geht jetzt immer so weiter, oder? Äh. No. Ja, da was zum... Ich fühle mich gerade leicht getrollt. Jetzt wenigstens mit Anschwung und... Komm schon, lass mich auf die... Danke. Dann jetzt richtig so... Nimm die Schale ab. Dreh deine Sicht und... Geh zu diesem Mistvieh hin. Was? Nein. Verdammt. Äh. Lass mich hoch da. Komm her, du verdammtes Mistvieh. Geh sterben. Geh verdammt nochmal sterben. Boah. Äh. Nein. Oh. Setzen wir das Teil wieder auf? Das ist mir lieber... Äh. Nein. So. Und... Flieg und Sieg. Nein. So. Lass mich da rein, lass mich da rein. Danke. Boah, das war knapp. So, geh sterben. Geh einfach nur sterben. Und lass mich in Ruhe. Da hinten ist die Schatztruhe. Geh du ausstärmte. Danke. Ah. Du... Dö... Da seh ich jetzt erst. Wir steigen da ja ganz rein und hüpfen wieder raus. Du hast eine Herzei gefunden. Du hast bereits zwei Teile. Ja. Danke. So. Komm ich jetzt eigentlich... Oh, du hast noch ne Schatztruhe? Von der wusste ich aber nichts. Und die wollte auch nicht, dass ich sie hole. Oh, kann halt da rüberfliegen. Ähm... Auch wenn das für mich kein Wald ist, dieses Abteil. Das ist für mich eher ein Sumpf irgendwie, aber... Egal, nennen du halt. Ich glaub, da waren nur 20 Rubine drin, also bringt mir sowieso nichts. Äh... Ach ja, noch gut ist, als Corona später, ähm... durch die Ebene halt, ähm, zu rollen. Da bekommt man auch gut Rubine. Aber das ist mir eben zu nervig. Muss man ja was machen. Ja, lass mich rüber. Lass mich rüber. Ah, ah, ja, danke. Oh Gott, das Sumpf-Skull-Tolle-Haus. Äh, die mach ich später, wenn ich mehr Items hab. Lass mich rein, einfach nur. Ich will nicht dir helfen. Ich hab dir schon geholfen. In der Zukunft oder in der Vergangenheit. Oh Gott, Hilfe. Jetzt hab ich wieder verkauft, die Musik. Nein. Mit euch haben wir schon geredet. Oh nein, Hilfe. Die Musik, die packt mich. So, Fotobox. Oh Gott, Hilfe. Nein, ich will nicht mit Summen. Oh, die verleihe dich dazu. Äh, ich muss hier weg. Nein. Schnell Foto machen und... Äh. Wann ist der perfekte Moment? So. Zählt das wohl? Ähm. Ähm. Ich wollt grad sagen. Willst du dir das Bild behalten? Ähm. Ja. Ich tu vor, es war einmal jetzt F7 oder F5. F5 zum Saven drücken und guck mal nach. Oh Gott. Hoffentlich ist das Bild was geworden. Was ist, wenn ich jetzt nachgucke? Nein, den will ich nicht behalten. Ähm. Versuch Nummer 2. Moment. Ähm. So. Äh. Ich hab jetzt immer noch so lange. Äh. Was soll denn das? Okay. Emulator Bug. Ähm. Ja, ich würd's behalten. Ich guck einfach mal, ob's klappt. Andererseits, ich versuch mal von hier unten zu schießen. Und ansonsten... Würdest du behalten? Nein. Guck jetzt mal von hier unten. Ansonsten... Ne. Anscheinend funktioniert das nicht. Also... Wird's ja wohl klappen, wenn ich's so mache. Ist ja auch nur ein Foto parat. Im Normalfall. Wird's z.B. Äh, mit Balten? Ja, will ich. Schau mal mal, ob's klappt. Und ansonsten haben wir Pech gehabt. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also ohne Aufnahme ging's aber. Aufnahme ist fertig. Rennert. Fast. Vielleicht gleich mal wieder kurz Aufnahmenpause machen. Ja, ich glaub, nachdem ich das Bild abgegeben hab, äh, mach ich Aufnahmepause kurz. Aber das war auch wirklich kurz und nicht nur drei Monate. Hä, nur drei Monate. Wie's jetzt anhört. Äh... Ja, lass mich rüber. Ach, verdammt. Ähm... Ocarina, ich glaub, ich nehm dich lieber. Das dauert nicht so lange, als wenn ich jetzt versuche, nackt zu kommen. Hilfe, Stimme, kack nicht an und ab. Äh... Ah, okay, Rennervorgang ist fertig. Wenn euch das gleich auch direkt... Ne, das warte ich, ähm... Das ist mir sicherer dann. Ich guck nur, ob die Audio- und so richtig passt. Dämmerwald. So, ein bisschen vergessen. Das ist gut. Äh, los, flieg. Ich will gar nicht, dass wie groß der Teil ist. Also, schlimmer als Minecraft mit 600 MB und dem letzten Sonic Part kann's nicht sein. Danke. Danke, danke, lass mich durch. Hepp. Ich muss als normaler Jungen abgeben, oder? Denn sonst wär's für mich üblich, dass ich in den Palast reinkomme. Ja, so war das. Ähm... Nett, nett. Ähm... Komi oder Kotaku, wie auch immer, da sitzt es nicht da, aber du bist da. Wer flucht, wo ist da bloß? Dieses verwöhnte Bald schwänzt du wieder die Schule. Tingle. Ein Kind sein ist alles, hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh, ähm... Willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Achso. Ah... Gott, hättest du es nicht einfach so rausnehmen können? Da. Nimmst du es an? Oh, oh, der König. Oh, puh. Wirklich beeindruckend. Nur der Deko... Äh, nur Deko-Kerle dürften den Palast betreten. Wie hast du dieses Bild machen können? Ein wahrlich hervorragendes Vertret. Für diesen raren Schnappschuss bekommst du den großen Preis. Bring mal übrigens ein Bild von Tingle, dann sagt er, dass es sein Sohn ist. Hab ich, glaub ich, schon mal erwähnt, oder? Müsste. Ich freu mich schon auf dein irgendwas nächstes. Ja, egal. Ähm... So, Rina wieder. Und... F5 bis, ähm, gleich. Ah, okay. Die Aufnahme, also der gerendete Part, ist 228 MB groß. Geht hier, kommt ungefähr auf die Größe von Slender. Ähm... Okay, hier war kein giftiges Wasser hier vorne direkt. Puh. Ähm... Und die andere Aufnahme ist sicher. So, jetzt haben wir das Herzteil endlich bekommen. Dann will ich mir jetzt, ähm... Warum lauf ich jetzt schon wieder? Ich kann mich doch porten. Port, 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 port. Geht doch, ähm... Warum hat eigentlich die Augen dabei zu? Also ich könnte niemals ohne Augen, äh... Aufzuhalten, äh, Instrument spielen. Ich kann auch so keinen spielen an sich, aber... Ohne Augen auf, also... Kommt schon. Ähm... Schöner, das ist doch übrigens von Sword Art Online, wie ich gerade bemerke. Ähm, ja, tut mir jetzt nicht zur Sache, äh... Das liegt am Emulator, ganz ernsthaft. Das liegt am Emulator. Was zum Teufel? Ähm... Ich brauche mich nicht immer rechtfertigen. Warte, warte. Einen Moment noch. Darf ich das wieder vorspulen? Ich erlaube mir das mal. Bewege dich. So. Warum rede ich eigentlich deine Stimme nach? Wir kennen uns doch. Dieses Privateigentum. Versuche nicht hier in meiner Abwesenheit. Ähm, ja. Ich rüsste schon mal den Klunker aus. Sieht aus wie ein Diamant. Ach, okay. Ich hab ja mal ein, ähm... Seller Texture Pack in Minecraft drinnen gehabt. Und da haben Diamanten das aussehen von den Steinen. Mein Herr, mein Herr. Ich hörte von einem Stein. Mondträne, hast du etwas solchen Stein? Ich hörte von einem Stein, bla bla bla, blablabla, 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 geh blubben. Geblum, oh Gott. Ah, dieser Stein, du musst die mir geben. Als Gegenleistung, Dekoblume, irgendwas, blablabla, Urkunde brauche ich. Du hast wirklich sehr, ja. Habe ich, Urkunde, danke, was auch immer. Ich erlaube mal. Das brauchen wir uns nicht antun, in dieser gelarmen Geschwindigkeit. Ach, stimmt, ich könnte auch mal die Zeit reduzieren, denn ich geh mir grad einfach zu schnell. Nein. So, ähm... Wie war denn das? Ja, das. Das war... Ballade des Kronos? Ne, das war doch Ballade des Kronos. Kronos. Hm. Verlangsam werden, ja, soll sie. Denn... Ich hab gemerkt, wir haben schon 3 Uhr. Wie spielt haben wir das jetzt grad, äh, Real Life? Äh, halb 6. Nachher noch Bewerbung für die BBS machen und... Was noch? Äh, Matthausaufgaben. Andererseits könnte mir auch meine Bescheinigung holen, dass ich's dem nicht machen muss. Das hat er uns zumindest angeboten. Ähm, ja. Äh... Äh, was wollte ich jetzt machen? Äh, ähm, nee, ähm, ich wollte ja da hin. Ich mach gleich mal Heizung an, das ist mir echt zu kalt gerade. Milchbar kommen wir nicht rein. Anju ist da...